Kinder brauchen Träume und Menschen, die ihnen helfen, dass diese Träume wahr werden. First Lady Elke Bödenbender. Wir helfen Kindern. Bitte unterstützen Sie uns dabei. Und Topmodel Franziska Knuppel. Das geht einem so ans Herz, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass sein eigenes Kind so etwas mal durchmachen muss. Jedes Kind in Not ist eines zu viel. Der RTL Spendenmarathon. Donnerstag ab 18 Uhr.